Hallo, ich, äh... Hallo, Leute, ich wollte heute... Hallo, Leute, ich wollte heute mal über allgemeine Sachen sprechen... Oh, Krasduska! Hallo, Leute, ich... Hallo, Leute, ich wollte mal über allgemeine Dinge reden... ...und Sachen, die mich aufregen... Hallo, Leute, ich wollte mal über allgemeine Dinge reden... Äh... Jo... Jo... Hallo, Leute, ich wollte mal in kurzen Beiträgen... ...Fuckerminski! ...Fuckerminski! Hallo, Leute, ich wollte mal in kurzen Beiträgen über Dinge reden... ...über aktuelle Dinge, über allgemeine Sachen, die mich aufregen... ...und die mit Sicherheit andere Menschen auch aufregen... Jo... ...Hallo, Leute, ich wollte mal in kurzen Beiträgen... ...Plubber, blubber, bla bla... ...Prackel! ...Hallo, Leute... ...Hallo, Leute, hallo, Leute... ...Hallo, Leute, ich wollte mal über Sachen reden... ...über ganz allgemeine Sachen... ...Hallo, das ist doch nicht normal... ...Hallo, das funktioniert nicht! ...Hallo, Leute, hallo, 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 hallo... ... pannst! ...Hallo, Leute, ich werde mal in kurzen Beiträgen... ...über Dinge reden, über aktuelle Dinge reden, die mich aufregen und mit Sicherheit... ...auf andere Menschen... ...auf...regen... ...Hallo, Leute... ...Ist... ...Nom... hallo erdlinge wir werden euch assimilieren bereitet euch vor hallo leute ich werde meinen kurzen beiträgen über möge die macht über möge die macht mit euch sein das geht gar nichts scheiß die wand an da hallo ich gehe jetzt erstmal kacken jetzt hallo leute ich werde mal in kurzen beiträgen über sachen reden hallo leute ich werde meinen kurzen beiträgen über dinge reden über aktuelle dinge die mich aufregen und mit sicherheit auch viele andere kalaschnikov ein ring sie zu knechten sie alle zu finden ins dunkel zu treiben und ewig zu binden im lande mordor wo der schatten drohen so das heißt wo die schatten drohen verflucht hallo leute ich werde meinen kurzen beiträgen von zwei drei vier fünf minuten über dinge reden die mich aufregen und mit sicherheit auch viele andere menschen aufregen über politik oder was auch immer und fack 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 hallo leute ich werde ich lasse es jetzt ich mache später ist es da oh ne ach schlägen da ist gut ok